Vorher erstmal speichern, natürlich. Man weiß ja nie. So. Und da... Ja, geile Scheiße. Wozu hab ich denn gespeichert, ne? So, da... Nein! Och, Lara. Das ist übrigens diese radioaktive Masse da. Wie man sieht, da ist alles so grün geworden. Erinnert mich an dieser Tomb Raider 2-Grafik. Da war ja irgendwo in irgendeinem Level... Ich weiß nicht mal mehr, ob es Tomb Raider 2 war oder der Golden Mask. Mask! So eine grüne Gegend. Ja, und die Lara brennt übrigens, wenn die in dem Grünzeug landet. So. Da ist es nämlich. Da ist so ein Fenster, was man eigentlich sowas von gar nicht erkennen kann. Und da kann die Lara... ...durchspringen. Okay, das war so nicht geplant. Und ich glaub, hier sterbe ich. Weil ich kann mich da doch nirgends hochziehen, oder? Äh, sieht nicht danach aus. Also, laden. Und wie die Lara da vor allem weiter geschrien hat. Obwohl die ja schon... ...da unten gelandet ist. Boah, knapp, Alter. Okay. So, jetzt aber... Ich glaub, da sollte ich ohne Anlauf rüber sprechen, weil... ...mit Anlauf ist es ein bisschen zu weit, so wie es scheint. Genau. Man landet dann hier in dem Fenster, kann dann hier rüber... ...und da unten war ein großes Midi-Pack. Ja. Jetzt hab ich euch aber gar nicht gezeigt. Ja, mit Nessie und so. Da ist nämlich dieses fette Monstervieh schon wieder, was da auftaucht, wenn man... ...von da runter springt. Also, der Weg, den ich immer gewählt hab. Ich werd jetzt nochmal speichern, weil ich mir nicht traue. Weil ich werd das hier doch wieder verkacken, diesen Sprung. Okay. Aber das hier... Okay, nochmal speichern. Das hier will ich auch nochmal zeigen. Wenn man da rüber springt... ...äh, und weiter... ...läuft. Ach, nee. Okay, das Vieh, das taucht scheinbar... ...das taucht scheinbar doch auf, wenn man... ...scheiße, ich... ...laden. Das taucht scheinbar doch auf, wenn man von da oben runter springt. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt hab. Und zwar... ...dieses Ungeheuer von Loch Ness oder so. Dieses fette Monstervieh. Das... ...taucht hier an der Stelle nämlich auf. Taucht das vielleicht hier auf, wenn ich so springe? Nein, okay. Okay, dann werd ich das jetzt auch nicht weiter rumprobieren. Ich werd mir jetzt mal das Geheimnis holen. Nach, keine Ahnung, drei bis fünf bis hundert Minuten oder so. Das werden wir aber später eh nochmal sehen. Also, von daher... Okay, hier liegt nix. Ja, Leute, das hier ist jetzt alles ein Geheimnis. Und jetzt, äh... Merkt euch, wo wir angefangen haben. Mit... Also, wo dieses... ...dieser Geheimnisraum begonnen hat. Und jetzt... Schaut euch einfach an, wie viele Gegenden wir hier... ...erkundigen werden. Ist halt schon echt krass, ne? So, da lagen Fackeln. Ich hab keine Ahnung, ob hier noch irgendwo... Oh, Mann! Noch etwas irgendwo liegt, aber das werd ich mir jetzt auch nicht weiter angucken. Ich geh jetzt mal weiter. Hier, schaut euch das jetzt an. Bäm! Hier, da ist es nämlich. Dieses fette Monstervieh. Und das tut nix anderes, als einfach nur so... ...feuer zu speien. Sind von der Engine her genau die gleichen Dinger wie in Tomb Raider 3. In der vergessenen Stadt Tinnos. In dem Feuerrätsel. Die feuerspuckenden Opasta. Oh, jetzt kommt übrigens hier... ...Music. Das mach ich mal laut. Äh, was das hier alles darstellen soll, das soll, glaub ich, irgendeine Basis sein von... Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Eine Militärbasis von Willard. Die keine Militärbasis ist, sondern einfach nur... Keine Ahnung. Waffenbasis oder so. Ach. Schaut uns... Schaut's euch einfach an. Ja, und ich durchsuche diesen Boden hier wieder mal... ...haargenau nach Harpunpfeilen oder so ab. Ah, hier ist übrigens wieder das radioaktive Zeug überall. Dieses grüne. Aber da sterben wir zum Glück nicht, weil das scheint... ...vertrocknet zu sein. Also wir sterben nicht, wenn wir es berühren. Oh, hier lag doch noch irgendwo irgendwas. Ja, die eigentliche Kammer, wo die Geheimnisse liegen, die ist ja nicht hier. Die wird später gleich kommen. Jetzt sah das voll aus, als würden da Harpunpfeile liegen. Ah, Pfeile liegen. Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Sprachtalent los ist. Also jedenfalls ist sie gerade... ...nicht vorhanden. Es ist nicht vorhanden. So. Egal, ich will mir jetzt einfach weiter und ignoriere das ganze Zeug hier. Ja, wir sind hier in einer Art... ...was? Oh. Äh, ja, da ist auch so ein Gegner, der uns offenbar gar nicht sieht. Egal. Können wir den einfach... Wir sind hier in einer Art... ...U-Boot drin, was hier gesunken ist oder so. Also wieder so ein Wrack. Oh, großes Midi-Pack. Her damit. Und jetzt... Jo. Was ist das für eine Karte? Okay, man erkennt sowieso nichts drauf. Was ist das? Okay, das soll wahrscheinlich das Ungeheuer irgendwie darstellen. Man erkennt ja hier an den einigen Stellen irgendwie... ...ja, auf Karten oder so, so interessante Sachen. Die jetzt mit dem Spiel zu tun haben. Mehr oder weniger. So, wo komme ich denn jetzt eigentlich an? Ich glaube... ...äh, bei dieser zweiten Höhle da... ...die ist da... ...gab. Ach du Kacke, fährt ab nochmal. Ey, das ist jetzt das dritte Mal, dass so ein Hund um die Ecke springt. Ja, die ersten beiden Male, die waren nämlich in London, in dem Level Altwich. Wo da einfach so ein Hund um die Ecke gesprungen ist, wo ich mich in den ersten Malen, wo ich das gespielt hatte, auch übelst erschreckt hatte. Weil... Weil Cordy sein einfach gemein ist. Egal. So, jetzt sollten wir wieder in der einen Gegend ankommen, wo... Ja, genau, wo wir hier wieder am Anfang sind. Und ich frage mich gerade, ob ich da noch irgendetwas vergessen habe. Ja, ich denke mal nicht, weil den Distelstein, den habe ich ja schon. Das sollte reichen. Das Geheimnis habe ich. Und jetzt sollte ich ja zwei von drei Geheimnissen haben. Ja. Und ich weiß auch, wo das dritte Geheimnis ist. Also, alles ist gut. So, die setze ich nachher ein. Erstmal hole ich mir noch das... Äh... Den zweiten Teil davon. Beziehungsweise den zweiten Stein. Hier sind übrigens überall diese Flaggen da drauf. Was war das nochmal? War das die schottische... Nee. Die schottische Flagge, die war irgendwie blau-weiß oder so. Äh, ja, keine Ahnung. Klärt mich halt auf, was das für eine Flagge ist. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal dahin. Jetzt bitte nicht verrecken, Lara. Danke. Äh, ja, der zweite... Och, bin ich froh, dass das keine tiefe Schlucht war. Äh, der zweite Hebel, wie ich gerade sagen wollte, der ist ja dahin, bei dem einen kleinen Wasserbecken, wo ich die Brechtange gefunden habe. Und die Brechtange, die brauche ich, glaube ich, für das... Eine Geheimnis... Nee, warte. Noch ein bisschen hochklettern. So. Oh ja, das hat gereicht. So. Darüber. Und jetzt war das wieder so... Eine Zeitsache. Also der Hebel hier, der ist auf Zeit. Jo, das Tor geht auf und warum hier auch immer voll ein auf Drama gemacht wird, keine Ahnung. Na, jedenfalls... Ist hier nur ein Gegner... Warte mal. Stopp, 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 stopp. Nicht stehen bleiben, hier war doch... Ah, nee, warte, das hätte ich gar nicht gemusst, oder? Ja, da ist das eine... Tor, was jetzt aufgegangen ist. Das geht nach einer Weile wieder zu. Kommt der Typ jetzt eigentlich hier rein? Genau, das ist jetzt zugegangen, das Tor. Und das wird jetzt auch nicht nochmal aufgehen. Das ist nämlich ein Geheimnis. Deswegen hätte man sich hier beeilen müssen. Und jetzt werde ich hier eine voll geile Waffe finden. So. Landet die Brechtanke hier nochmal? Nein. Das heißt, wir brauchen sie nicht nochmal. Und hier finden wir... Die MP5. War früher mal meine Lieblingswaffe. Jetzt ist, glaube ich, die Desert Eagle meine Lieblingswaffe, weil die einfach... Oder nee, ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie darüber nachgedacht, was meine Lieblingswaffe in Tomb Raider 3 ist. Apropos Tomb Raider. Das hier soll, glaube ich, ein Grab sein. Wir sind hier ganz nebenbei mal wieder hier in einem Grab unterwegs gewesen. Oh. Achso, nee. Ja, jetzt dachte ich gerade, die Waffe von dem Typen wäre wieder etwas, was ich aufheben kann. Das sieht hier übrigens immer so aus, als würde man anbringen. Brennen, aber... Das ist nicht so. Hier sind übrigens auch wieder diese Hundestatuen, aber ich glaube, die erwachen nicht zum Leben. Sollten sie auf jeden Fall nicht, weil dann begehen sie quasi Selbstmord, weil kein Hund auf dieser Welt kann mich umbringen. Also kann Lara Croft umbringen. Und erst recht nicht die menschlichen Hunde hier. if you verstehen, was ich meine. Da ist ein Midi-Pack. So, kann ich da hochklettern? Das sieht von hier so aus, aber von hier sieht das nicht so aus. Nee. Da wird auch nichts Wichtiges gewesen sein, denke ich mal. Hier war doch noch jede Menge Zeug. Äh, nee, Quatsch. Das ist die falsche Gegend. Das war hier. Das war hier. Oh. Kann ich da hochklettern oder so? Ich weiß es nicht. Äh, diese Grabsteine hier, die werden wir übrigens auch ganz, ganz, ganz oft sehen in diesem Level hier. Auch in der fetten Version. In der mega mutierten Version. Wieso habe ich denn die Shotgun... Äh, die Pistolen. Ja, offenbar, weil meine Shotgun leer ist. Egal, dann habe ich hier... Nee, Quatsch, warte. Die Uzzis wollte ich erstmal leerballern. Ich habe ja Ersatz, ne? Du hast mir Gewehrpatronen hinterlassen. Das ist nett, weil die mir gerade leergegangen sind. Äh, ich muss aufpassen, weil hier war ja auch wieder... Treibsand. Oh. Okay, die haben jede Menge Ausdauer. Das ist ungewohnt, weil ich, äh, zur Zeit auch Tomb Raider 2 Custom... Nee. Ja doch, Tomb Raider 2 Custom Levels auch, aber... Nee, eigentlich wollte ich ja auf The Angel of Darkness hinaus. Äh, dass ich das zur Zeit auch nebenbei spiele und, ja. Da sind die Gegner halt sofort tot, wenn man die mit den Pistolen abknallt. Deswegen ist das hier halt total ungewohnt, ne? Ach, da liegt ja noch mehr. Oh, nee. Ab in Laras Rucksack damit. Ah, da vorne können wir uns übrigens später langhangeln. Da liegt auch das Artefakt da um die Ecke, äh, falls man das von hier sieht. Ja, da oben, wo es so dampft. Da liegt das Artefakt, aber das kann man sich nicht holen. Äh, Quatsch, das Artefakt sag ich schon. Der andere Distelstein, meine ich. So. Boom. Lara Crofters hier. Haut am besten ab, denn sonst verreckt ihr. Äh, dieser Reim, das war absolut keine Absicht. Ich schwöre. So. Okay, da können wir hoch. Ah, da ist doch die Gegend von Level 2. Nee, Quatsch. Äh, was passiert denn jetzt hier? Genial, es passiert nix. Nein, ähm. Hier ist irgendwo ein Vogel aufgetaucht und Äh, genau, das passiert hier nämlich sonst. Deswegen sollt, äh, wollte mir die Musik mich vorwarnen, weil man sonst da unten landet. Kacke. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Nee. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ach, fuck off. Miu, ich mache das jetzt alles im Schnelldurchlauf nochmal. So richtig schnell. Ich denke, ich... Oder doch, ich sammle jetzt alles nochmal auf. Oder sollte ich das jetzt offscreen alles machen? Ja, toll. Ich schwimme schon wieder in die falschen Ecken, wo nix liegt. Hier lag noch irgendwo Fackeln, da. Als ob ich Fackeln noch nötig hätte. Mensch. Okay, Leute. Ich würde sagen, ab hier machen wir einfach das nächste Mal weiter, weil ich jetzt doch Bock habe, erstmal ein Video hochzuladen. Ja, bis dann.